Und dann geht's gleich los. Ich fang mal an. 100% würde ich sagen. Mein Kaffee gemacht. So jetzt, das ist mein neuer Wansch. Ich bin immer so ein kleines Pfandflaschenproblem hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir, falls ihr noch nicht kennt, mein Name ist Anne. Und ich studiere International Management. Und ich dachte, ich fang einfach mal nahtlos an mit meinem nächsten Uni-Vlog. Je nachdem, wie ereignisreich diese Woche wird. Ich sitz hier gerade noch am Schreibtisch. Es müsste aber gleich eigentlich Sophie vorbeikommen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen Pizza bestellen zusammen. Rina wohnt hier ja sowieso. Von daher, ja, wird das wahrscheinlich jetzt meine Art Beschäftigung. Wir haben gerade genau 18 Uhr. Das heißt, Sophie müsste eigentlich jeden Moment kommen. Ich frage mich auf jeden Fall, dass es wieder einen neuen Vlog gibt. Ich bin gerade dabei, den von davor zu schneiden. Und irgendwie hatte ich richtig Lust, weiterzumachen. Ich habe auch eben gerade schon eine ganz kurze Sequenz gefilmt, weil ich eben gerade diesen Börsenführerschein von BVH geschrieben habe. Oh, friends, guess what? Ich habe den Börsenführerschein bestanden. Bestanden. Ich bin sehr froh. Das hat sehr viel Zeit und sehr viel Nerven gekostet. Ich finde vor allem Nerven. Ich habe halt am Mittwoch immer Finance von 16 bis 19 Uhr. Und dann hatte ich von 16 bis 19 Uhr immer Mittwochs Finance, hatte dann eine Stunde Pause dazwischen und hatte dann von 20 Uhr bis meistens so 22 Uhr ungefähr, manchmal auch ein bisschen früher, immer diese Online-Veranstaltung vom Börsenführerschein. Und es war doch sehr viel Finanzen an einem Tag. Also so viel Stoff, der da so auf einen eingeprasselt ist. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Kapitel jetzt so hinter mir lassen kann, dass ich das jetzt geschrieben habe, dass ich das bestanden habe. Ich bin auch beim Ergebnis ganz zufrieden. Wieder eine Sache abgehakt. Genau. Jetzt gibt es erst mal Pizza. Ach, ich muss gleich auch noch ein B-Rail machen. Good morning in the morning. Rina und ich genießen jetzt den Mittwochmorgen auf unserem Balkon und frühstücken jetzt erst mal. Es ist so schön warm. Die Sonne scheint. Und wir haben gleich A und O Übungsklausur. Ich saß hier gerade am Schreibtisch und bin hochgeschreckt, weil ich angst habe, dass mein Kaffee eingefroren ist. Es war nämlich, es war nämlich meine Eiswürfel. Ja, und ich trinke ja morgens immer meinen Eiskoffee. Und dann war der Espresso halt warm. Deswegen hätte es kein Eiskoffee werden können. Ich hatte keine Eiswürfel. Dann bin ich auf die schlaue Idee gekommen, den ins Gefrierfach zu stellen. Und jetzt habe ich ihn irgendwie vergessen. Ich weiß gar nicht, wie lange der da schon drin steht. Eine Stunde oder so. Aber so schnell dürfte das eigentlich nicht gefrieren. Dann ist es wenigstens schön kalt. Ah, nee, der sieht noch gut aus. Ein bisschen gefroren, aber das war an den Seiten. Wenn ich da jetzt gleich noch Milch und Vanillesirup dazu tue, dann ist es ja richtig schön kalt. So, ich bin fertig gemacht. Es geht gleich in die Uni. Es ist heute so warm. Ich wusste gar nicht, was ich anziehen sollte, weil es ist halt irgendwie schon warm. Aber noch nicht so warm, dass man ohne Jacke rausgeht. Deswegen habe ich jetzt hier diesen dünnen Blazer mal rübergeworfen. So ein bisschen. Ich hatte erst einen anderen. Der ist ein bisschen dicker. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der noch zu warm ist. Ich werde einfach mal schauen. Vielleicht nehme ich auch noch eine Jacke mit, falls es mir doch ein bisschen zu kalt wird. Oder halt irgendwie so einen leichten Mantel oder so. Gleich haben wir Probeklausur. Ich bin aber ganz entspannt, muss ich sagen. Ich will jetzt noch versuchen, ein paar TikToks zu drehen, weil ich irgendwie gerade eine ganz lustige Idee hatte, weil ich mich so perfectly fine gehört habe. Eins meiner Lieblings-Teller-Schriftlieder. Und das muss ich jetzt direkt erstmal umsetzen. Und dann geht es gleich los zu A und O. Yes. Und danach wollen wir die noch nicht wahrscheinlich noch in die Stadt. Also ich nehme euch ein bisschen mit. Ich muss mal meine Kamera noch ganz kurz aufladen, weil da ist der Akku schon wieder fast leer. Ich muss mir vielleicht auch noch mal einen neuen, also ich muss mir vielleicht auch noch mal einen zweiten Kamera-Akku besorgen. Vor allem, wenn es dann nach Madrid geht, weil da möchte ich ja auch viel Vloggen haben später. Ich hoffe, ich kann irgendwie jede Woche einen Wochen-Wochen-Vlog machen. Also täglich werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, das weiß ich schon, aber vielleicht auf jeden Fall ein bisschen öfter als hier, weil ich habe immer das Gefühl, hier ist so schon cool, ich mache schon coole Sachen, aber viel ist halt einfach nur, ich gehe zur Uni, ich setze mich an den Schreibtisch, ich gehe wieder zur Uni, weil ich ja halt am Wochenende auch oft nicht hier bin, um halt auch zu arbeiten. Und auf der Arbeit kann ich auch nicht wirklich was filmen, also ich mache mich halt fertig für die Arbeit, ich gehe zur Arbeit hin, ich komme wieder. Genau, also mein Tag besteht eigentlich immer nur aus entweder Uni oder Arbeit und dann halt essen, das fühle ich mich relativ oft. Aber heute geht es in die Stadt wahrscheinlich, deswegen kann ich das in den Film. Und ich habe einfach mit Kontakt in den Sinn geschlafen heute, deswegen bin ich heute mal ein glasses Girl. Im Moment noch nicht, aber ich habe schon hier meine Sonnenbrille mit Stärke und meine Brille packe ich auch gleich noch ein. Ich habe es gestern nur aus Versehen, ich dachte, ich hätte sie schon rausgenommen, aber ich hätte sie doch noch drin an. Und ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn ich meinen Augen heute mal einen Tag Pause gönne, weil ich fühle mich schon ein bisschen trocken an, also es geht, aber ich will sie ja nicht überstrapazieren. So, wir laufen durch die Stadt. Es regnet. Ich habe 100.000 Euro ausgegeben. Nein, das geht noch. Du hast auch 100.000 Sachen gekauft. Das stimmt, ich bin hier voll bepackt. Nein, ich habe vorhin den schönen Mantik gekauft und ich habe mir ein neues Buch gekauft. Das zeige ich euch aber später sonst nochmal. Könnte man gar nicht drauf gucken, dass wir heute Spargel essen wollen, wenn man unseren Einkaufszen rät. Ich fange mal an mit dem Grocery-Haul, weil mit dem Rest... Rina tanzt schon im Hintergrund und freut sich auf den Spargel. Weil jetzt gibt es erstmal was zu essen, wir haben nämlich echt Hunger. Also, wir haben alles für Spargel gekauft. Ein paar Kartoffeln haben wir noch. Rina ist wahrscheinlich die Frigadellen dazu, ne? Ich habe ein bisschen Schinken und am Freitag möchte ich mir so Tomate, Massarella, Tortellini machen, weil ich habe noch ein bisschen Sahne, die weg muss. Dann haben wir hier noch ein bisschen Felsalat und French-Dressing. Ich benutze das eigentlich immer Joghurt-Dressing, aber ich dachte, vielleicht probiere ich mal was anderes, um mal einen neuen Taster reinzubringen. Ja, und jetzt kochen wir erstmal ganz, ganz schnell, weil Hunger, Hunger, Hunger. So, dann haben wir hier auch schon unser Festmahl, würde ich sagen. Unseren schönen Spargel, hier die Kartoffeln, unsere schöne Sofa-Londays und bei mir kommt gleich noch ein bisschen Schinken dazu. Ich mache gleich aber auch nochmal ein Video, wenn wir hier komplett durch sind, um einmal den kompletten Teller zu zeigen. Es ist irgendwie richtig viel Spargel geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Ich möchte euch unbedingt nochmal meinen Mantel zeigen, meinen neuen. So, jetzt ist das mein neuer Mantel. Ich kann ein Stück zurückgehen, dann könnte ich den mal ganz sehen. Ich wollte halt voll gerne so einen beigen Standardmantel haben. Ich glaube, was gefühlt irgendwie jeder hat. Ich weiß gar nicht, was genau für eine Farbe. Das ist auf jeden Fall so ein beige, hellbraun irgendwie so. Das hatten die tatsächlich nur an der Puppe einmal hängen, aber ich glaube, die war leider auch schon ausverkauft. Ich habe aber diese hier mit diesem dunkleren und kräftigeren Farbton gefunden und ich glaube, die gefällt mir für mich persönlich und ich sogar noch ein bisschen besser, weil ich ja sowieso ein relativ heller Typ bin und meine Haare ja auch eine relativ helle Farbe haben. Also jetzt am Ansatz werden die natürlich ein bisschen dunkler langsam, weil ich so lange nicht nackt gefällt habe und ich ja auch die Farbe ein bisschen rauswachsen lassen möchte im Moment. Dann ist das halt irgendwie mal so ein bisschen so ein Kontrast und ich glaube halt, dass mir kräftigere Farben sowieso immer ein bisschen besser stehen, dadurch, dass ich halt so hell bin. Also so ein richtig schönes dunkles Blau zum Beispiel steht mir richtig gut oder auch ein knalliges Rot so. Und ich glaube, deswegen passt dieses dunklere auch ein bisschen besser zu mir, als wenn ich jetzt so einen hellen Mantel genommen hätte. Also mir gefällt das so auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich kann mir richtig gut vorstellen, dann so später in Spanien in Madrid zur Uni zu gehen. Ich finde, der schreit einfach nach Madrid. Das ist so richtig so Herbst in Madrid. Da sehe ich mich absolut. Und ihr seht ja immer, wie doll mein Ansatz ist. Also in echt sieht das gar nicht so schlimm aus, aber hier ist es gerade so richtig so wupp und dann ist es hier heller. Nein, also in echt ist es gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich hier diesen Mantel gekauft. Der war auch ein bisschen teurer. Also was heißt, der hat 80 Euro gekostet. Aber das ist ja jetzt ein Teil. Das kann man natürlich für richtig, richtig lange Zeit anziehen. Auch wenn ich jetzt irgendwie noch ein bisschen zunehmen sollte oder irgendwie, dann werde ich auch immer diesen Mantel tragen können. Das ist irgendwie auch so ein zeitloses Ding. Selbst wenn es irgendwann mal komplett out ist, kommt es irgendwann wieder in Mode. Deswegen freue ich mich da total drüber. Und für solche Sachen gebe ich halt auch echt gerne Geld aus. Also wenn es dann wirklich so Sachen sind, wo ich weiß, okay, das ziehe ich für die nächsten Jahre irgendwie sehr oft an. Meine Winteracke zum Beispiel, die hat ja auch ein bisschen mehr gekostet. Die trage ich aber im Winter wirklich jeden Tag. Die kann ich auch noch für mehrere Jahre benutzen. Und dann lohnt es sich halt auch für mich, da was Höheres zu kaufen. Ich war auch noch kurz bei Rossmann. Da muss ich aber ein bisschen raussuchen, was ich hier habe. Das ist ein bisschen. Also ich fange einmal an mit Vielmann. Es musste mal wieder sein. Ich brauchte meine Kontaktdländenlösung. Und zwar habe ich halt die große hier mit drei verschiedenen Lösungen drin. Und die halten bei mir halt immer noch mal lange. Aber ich brauchte halt mal wieder neue. Dann einmal ganz kurz zu Rossmann. Kaugummi. Da habe ich jetzt einmal Himbeere, Granat, Apfel. Das mache ich immer ganz gerne. Und dann habe ich hier verschiedene Proteinriegel gekauft. Weil ich habe festgestellt, ich brauche so zwischendurch in der Uni einfach mal so einen kleinen Snack. Oder auch wenn ich halt in der Bahn sitze. Ich fahre ziemlich viel Zug oder so. Wischendurch einfach mal irgendwie so etwas ganz Kleines. Ich habe einmal diesen hier mit Vanille-Geschmack. Ich habe vorhin auch schon einen mit Schokogeschmack gekauft. Den habe ich aber schon gegessen. Die waren irgendwie Mangow. Deswegen dachte ich, probiere ich den mit Vanilla einfach mal aus. Dann haben wir Cookies and Cream. Das ist mein absoluter Liebling von Rossmann. Dann einmal Kokos und Zartbitarm. Der ist auch richtig lecker. Und einmal Kakao und Kakao-Nips. Den hatte ich glaube ich schon mal. Aber ich kann mich irgendwie nie mehr daran erinnern, wie er war. Ob er mir jetzt richtig gut gefallen hat oder nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal wieder ein paar davon gekauft. Packte hier in meine Schublade. Dann habe ich noch einmal Sonnencreme gekauft. Und ich fahre nächste Woche über Himmelfahrt in Urlaub so ein bisschen. Also erst nach Rügen und dann nach Polen für ein paar Tage. Und dann war ich noch bei Hubendubel, bei meinem gefühlten Lieblingsladen. Und habe mir ein Buch gekauft. Und zwar ist das vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Falls ihr auf Booktalk unterwegs seid, dann kennt ihr das zu 100% würde ich sagen. Der erste Teil von einer Reihe, die in München spielt. Und ich war zwar jetzt zwei Mal in meinem Leben in München. Aber ich liebe München. Irgendwie das ist so, ich weiß nicht, ich mag diese Stadt richtig gerne. Es gibt die sogar auf Spotify. Also falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch das Hörbuch hören. Ich glaube aber, das ist irgendwie so eine Reihe, die mir richtig, richtig gut gefallen könnte. Ja, möchte ich glaube ich direkt das Buch dazu lesen. Aber erstmal muss ich noch Beginnigen auf Spanisch zu Ende lesen. Aber das ist richtig Krise, kann ich euch sagen. Weil ich kenne dieses Buch ja schon. Also ich habe es ja schon mal auf Deutsch gelesen. Das ist einfach... Auf Spanisch, man muss sich das so durchquälen. Also ich verstehe das so grob. Aber ich setze mich doch da nochmal ran. Ich mache das nochmal. Aber jetzt, apropos ransetzen. Schnell ich erstmal noch meinen Vlog zu Ende. Und danach wird noch ein bisschen Finance gemacht heute. Ich habe da nämlich ganz schön viel, was ich noch machen muss. Und ich muss auf jeden Fall dieses Semester Statistik 2 nachschreiben. Ich habe nämlich gehört, da soll es ab nächstem Herbstsemester quasi einen neuen Dozenten geben. Und ich weiß natürlich nicht, wie der das macht. Ich bin im Herbstsemester nicht da. Das heißt, ich kann da auch nicht hingehen logischerweise. Das heißt, ich müsste es bei denen einfach nachschreiben. Das heißt, ich muss irgendwie diese blöde Statistik oder so bestehen. Das ist mir ganz egal, wie. Mit 4, 0. Und ich bin glücklich. Ich muss da irgendwie durchkommen. Also, ja. Da werde ich die nächsten Wochen wirklich mal meinen Fokus drauf legen. Weil die anderen Sachen, wenn ich die bestehe, ist halt... Wenn ich die nicht bestehe, ist ein bisschen... Nicht so nice. Aber so, I will survive. Zur Probeklausur, die wir vorhin geschrieben haben. Das wollte ich auch noch kurz erzählen. Die war richtig gut. Also ich war echt überrascht, wie fair ich die Fragen fand. Weil ich bei den Lernfragen, die in den Folien drin waren, immer so ein bisschen das Problem hatte, dass ich nicht genau wusste, was genau jetzt gerade gefragt war. Aber das war tatsächlich bei den Fragen, die da jetzt waren, gar nicht so. Also ich wusste natürlich noch nicht alles, alles. Weil ich mich jetzt noch nicht ganz so intensiv darauf vorbereitet habe, wie wenn das jetzt die richtigen Klosur wäre. Ich wusste aber tatsächlich ganz schön viel. Und ich hatte auch bei relativ vielen Sachen, glaube ich zumindest, volle Punkte gehabt. Ich habe mal versucht, das für mich selber so ein bisschen zusammenzurechnen. Weil sie uns ein bisschen das Bewertungsschema gesagt hat. Und was mir so gelten lassen würde und was so nicht. Und ich hätte von 29,5 Punkten wahrscheinlich so um die 22 gehabt. Kommt natürlich auch darauf an, ob sie das jetzt ein bisschen besser oder schlechter bewertet hätte, als ich das jetzt gemacht habe. Also wenn das in der Klausur so ist, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ab 50 Prozent hat man bestanden, was weiß ich mehr. Das ist Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber es hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass das wirklich so ein Fach ist, wo ich halt kursiert und ehrlich immer so ein bisschen mitlernen muss. Also wo ich halt die Sachen einfach können muss, dass ich mir nochmal angucken muss, nochmal auswendig lernen muss. Also, genau. Aber meine Strategie, mit der ich bis jetzt gelernt habe, die funktioniert da, würde ich sagen, auf jeden Fall relativ gut. Ja, und wenn ich da jetzt halt noch ein bisschen vertiefter reingehe, mir auch die Sachen, die ein bisschen aktueller sind, nochmal anschauen. Aber wir haben halt auch noch knapp zwei Monate bis zur Klausur. Und sonst, bei allen anderen Klausuren, habe ich um diese Zeit nicht mehr wirklich angefangen habe zu lernen. Also, genau. Das ist dieses Semester irgendwie so ein bisschen anders. Da muss man so ein bisschen alles mehr jonglieren, würde ich sagen. Good morning in the morning. Es ist Donnerstagmorgen. Ich habe gerade geduscht. Mein Kaffee gemacht heute geht es mal in Flat White. Bei mir gibt es irgendwie noch so viele Kaffeepads für meine Tassimummaschine, die ich irgendwie mal leer machen muss. Also zurück kann ich die auch alle mit zu meiner Mama nehmen. Meine Mama nehme ich auch mit meiner Tassimummaschine. Ich glaube, es ist noch so zehn Minuten, bis ich los muss. Ja. Und bis dahin gibt es erstmal ein bisschen Frühstück. Ich esse jetzt noch schnell meine Haferflocken, die ich jeden Tag esse. Ich schneide jetzt noch eine Banane rein. Und ich brauche gleich noch meinen Mandelnmoot. Mandelnmoot ist einfach beste. Ich sage es euch, wie es ist. Wir haben gleich Regional Economics. Erst Regional Economics und dann heute Abend noch Recht. Aber ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Ob wir in der Uni bleiben, ob wir nach Hause gehen und schauen. Das ist auf jeden Fall noch Finance heute. Das ist meine Top Priority of the Day. Und eigentlich muss ich auch Recht mal wieder nachbereiten. Da habe ich auch noch keine einzelne Karteikarte gelernt. In den anderen Fächern schon immer so ein bisschen mitgelehrt. Aber in Recht habe ich tatsächlich, glaube ich, irgendwie halt die meisten geschrieben. Aber gelernt habe ich da noch nicht viel. So, das war es für Regional Economics. Ich bringe ihn erstmal nach Hause. Wir bleiben hier nicht fünf Stunden. Kraus aus der Hölle. Wir sind ja gar nicht da. Nee, stimmt. Uns ist eben auf dem Weg zurück von der Uni nach Hause was richtig cooles aufgefallen. Wir haben nämlich so eine Kiste gefunden mit Sachen, die zu verschenken waren. Und normalerweise bin ich da immer nicht so Fan von, weil die Leute einfach immer ihren letzten Müll auf die Straße stellen. Und sie denken, irgendjemand wird es schon mitnehmen. Aber wir haben echt gute Sachen. Warte, darf ich das mal zeigen mit dir? Rina hat hier einmal so eine richtig coole Holzschüssel. Kannst du aber auch noch drin lassen, was das ist. Und die sieht halt echt richtig nice aus. Also das sind halt wahrscheinlich so Sachen, die man gut dekorieren muss, damit sie gut aussehen. Cute. Yes. Und dann haben wir hier noch einmal diese Vase. Da hatten wir vorher eine andere stehen. Aber ich finde, dieses Grün passt eigentlich, also es ist so eine ganz gute Mischung zwischen dem Spiegel und diesem Grün von den Blumen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Teil, das muss man halt gut dekorieren. Und dann mein persönliches Highlight. Wir haben hier unseren Schrank ein bisschen umdekoriert. Vielleicht seht ihr das schon. Und hier oben haben wir jetzt so ein Rembrandt-Gemälde-Buch. Da sind sogar tatsächlich Rembrandt-Gemälde drinne. Und das war da auch einfach so verkaufen. Das ist halt irgendwie so ein Buch, das man gut als Coffee-Table-Book irgendwie benutzen kann. Das hat leider nicht da so mit reingepasst. Das hätte ich auch ganz cool gefunden. Aber jetzt liegt es da. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und ansonsten findet man da bestimmt auch immer eine gute Möglichkeit, das gut zu dekorieren. Genau, das ist halt so mit goldener Schrift sogar. Das sieht echt richtig nice aus. Und ich glaube, ich werde mir jetzt gleich erstmal was zu essen machen. Ich habe mir gestern ja diese, wie heißt die noch, Tocciolini habe ich mir gekauft. Und ich habe noch ein bisschen Sahne. Die muss noch weg. Da mache ich mir da irgendwie so eine Sahnesauce zu. Und ein bisschen Tocciolini. Ich freue mich schon. Der Nachmittag ist rum. Den habe ich hier richtig schön am Schreibtisch verbraucht. Ich hätte euch nichts zeigen können. Ich habe hier nur gesessen und fein jetzt gemacht. Also nichts Spannendes. Aber ich nehme mir jetzt mein iPad. Park das in meine Tasche. Und dann geht es wieder los zur Uni. Denn ich habe jetzt noch von 17 bis ungefähr 19, 30 recht. Und ich habe nicht so Lust, jetzt nochmal da hinzugehen. Aber es nützt ja nichts. Ich frage keine Ahnung, ob ich Lust habe. Also auf geht's, auf geht's. Abendbrotzeit. Wir haben recht überlebt. Überlebt ist das richtige Stichwort. Nein, so schlimm war es heute eigentlich gar nicht. Wir haben uns Arbeitsverträge angeguckt. Und jetzt gibt es bei uns gerade erstmal Abendbrot. Wir sind nämlich jetzt nächste Woche erstmal gar nicht mehr hier. Genau, weil ja auch Feiertage sind und so. Und Rina ist nicht da und ich bin nicht da. Deswegen haben wir heute Reste essen. So ein bisschen unser Rest vom Salat. Dann haben wir noch ein bisschen Rührei gemacht. So ein paar Toastis. Ja, und jetzt mal schauen, dass wir das irgendwie alles los werden. Es sieht auf jeden Fall so ein Dekker aus. Ich freue mich schon, was ich esse. Okay, Leute, für mich geht es jetzt gleich schon los zum Bahnhof. Ich habe gerade noch ein bisschen aufgeräumt und meinen Koffer gepackt. Ich bin jetzt nämlich tatsächlich die ganze Woche erstmal nicht mehr hier in Flensburg, weil der Himmelfahrt ist und irgendwie voll viel ausfällt. Und ich auch noch wegfahre dann über das verlängerte Wochenende. Ich muss jetzt hier nur noch kurz meinen Koffer zumachen, da den letzten Rest aufräumen. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich mir noch kurz was zu essen nehme. Und dann geht es aber auch schon fix los. Ich wollte eigentlich eine Stunde später fahren, aber ich dachte jetzt, ja komm, kann ich auch jetzt fahren. Und ich habe einfach drei Bücher mitgenommen, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden konnte. Ich mache mein Essen hier jetzt in Fullspeed. Und dann renne ich gleich mal. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich bin sonst immer zu früh da, deswegen stresst mich das, wenn ich dann erst zu spät bin. Ich bin auch nicht zu spät, aber ja. Mein Essen hier ist übrigens gerade einfach nur der Rest an Gemüse, den wir irgendwie noch im Kühlschrank hatten, den ich jetzt verliefer schnell abzuwachen. Ich esse die eh gleich direkt, wenn ich noch im Bahnhof bin. Also kann ich mal jetzt schon noch ein Dressing drauf machen. Okay, auf geht's. Ach, ich habe hier noch meine Bananen und was ist mit meiner Wasserflasche? Die habe ich nämlich gerade auch noch irgendwas kurz aufgefüllt. Rina, willst du noch eine Banane? Oh Gott, ich bin schon viel zu spät. Ich habe immer so ein kleines Pfandflaschenproblem hier. Okay, ich berichte euch natürlich liebend gerne von meinem Fail. Wie ihr seht, stehe ich nämlich gerade schon wieder in meinem Zimmer hier. Denn ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und mir ist es eingefallen, als ich gerade fast beim Bahnhof war. Also ich war noch nicht ganz da. Ich hätte es noch geschafft. Ich hatte irgendwie noch, also ich hatte wirklich noch genug Zeit. Aber ich habe Portemonnaie vergessen. Und da ich ja auch noch nach Polen möchte und über die Grenze möchte und meine Kreditkarte brauche und auch eine Woche lang weg bin und nicht nur über das Wochenende. Ich glaube, wenn es halt nur so ein Wochenende gewesen wäre, dann wäre mir das egal gewesen. Aber ich bin halt ein bisschen länger weg deswegen. Und mir ist auch gefallen, ich bin viel zu warm angezogen gewesen für dieses Wetter. Die lange Hose lasse ich aber an, weil kurze Hose so im Zug ist, ist ja doch nicht ganz so warm. Aber ich habe mir jetzt ein T-Shirt angezogen und den Mantel klemme ich mir gleich so unter den Arm irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir jetzt gerade schon einen Podcast rausgesucht. Den höre ich jetzt gleich ganz entspannt auf dem Weg. Und ich laufe jetzt ganz langsam den Berg runter. Ich bin eben so gerannt und es war so anstrengend. Und ja, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, ich habe jetzt noch genug Zeit. Und mach jetzt ganz entspannt. Ich bin jetzt ein T-Shirt.